Hallo und herzlich willkommen bei Einfachpacken. Mein Name ist Marcel Paar und heute gibt es den dritten Teil, denn wir haben uns eine Biskuitroulade hergestellt, eine Waldbär-Joghurt-Füllung und heute setzen wir das ganze zusammen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Viel Spass! Ja, wie immer findest du meine Rezepte auf meiner Webseite. Die ist unterhalb des Videos verlinkt und neu heisst die MarcelPaar.com. Die zwei vorhergehenden Videos verlinke ich dir auch gerne. Was mache ich? Ich nehme hier die Biskuitroulade, drehe sie um. Eigentlich, dass der gebackene Teil, der schön gebackene, hellbraune Teil aussen ist und bestreiche die Roulade mit Marmelade, in diesem Fall hier Himbeermarmelade. Für die Leute, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre ist, Marmelade hat keine Fruchtstücke. Das ist eigentlich püriert und du siehst es hier, da sind keine Fruchtstücke drin und ist eigentlich mehr als Farbe gedacht. Da kommt dann noch die zweite Fruchtfüllung obendrauf, wie jetzt. Die habe ich mir auch schon vorbereitet und das gibt dann im Anschnitt ein schönes Farbbild. Darum nehme ich hier zuerst eine Marmelade, dünn bestreichen und dann gebe ich die Walbeerfüllung obendrauf. Marmelade kannst du natürlich nach Belieben ändern. Kein Problem, ich habe mich jetzt hier für Himbeerentscheid. Die Füllung streiche ich mir dünn auf. Ich werde dir das Rezept natürlich gleich so runterbrechen, dass es so eine Biskuitroulade ein Stück gibt. Also so ein Blech, wie ich es jetzt vor mir habe. Das passt auch in einen haushaltsüblichen Backofen rein. Auf das habe ich geachtet und da hast du keine Probleme zu Hause beim Umsetzen. Schön verteilen mit der Winkelpalette wirklich bis nach aussen streichen. Wenn die schön verstrichen ist, dann gebe ich die ganze Roulade für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank, damit die Creme schon etwas fest werden kann. Das ist ein wichtiger Tipp, wenn sie zu flüssig ist, dann quillt sie raus. Lege das obere Teil um und nehme gleich das Papier und kann mir die Roulade schön aufrollen. Du siehst, eigentlich mit dem Papier rolle ich das Ganze nach hinten und so ist sie aufgerollt. Und du siehst, dieses Rezept, das ich dir hier gebe, lässt sich auch perfekt rollen. Was mache ich dann? Ich schlage das Papier noch einmal ein, nehme das an den Stab und gebe etwas Druck und somit kann ich die Roulade perfekt straffen. Wie gesagt, die Rezepte sind unterhalb des Videos verlinkt und auch hier in der Infocard. Ja, jetzt kannst du folgendes tun. Du kannst die Roulade so auf Vorrat herstellen und tiefkühlen oder im Kühlschrank ankühlen oder natürlich direkt weiterverwerten, wie ich das hier mache. Wenn du das noch ein bisschen länger ankühlst und die Creme noch fester wird, dann hast du noch ein bisschen schöneres Schnittbild. Das heisst, die Creme oder die Roulade lässt sich besser schneiden. Das ist aber eine Kleinigkeit und das muss jeder selber wissen, wie er das handhaben möchte. Dann nehme ich mir ein Messer und teile eigentlich die Roulade in zwei Hälften. Es gibt zwei Stück. Du kannst auch nur ganz lange machen. Wie gesagt, da kannst du wirklich spielen und ausprobieren. Ich habe mich jetzt entschieden, zwei kleinere zu machen. Nehme dann den Zollstock. Ich glaube, der heisst in Deutschland so. Bei uns heisst der einfach Meter. Lege den oben drüber und stäube mit süssem Schnee, bei uns heisst es Puderschnee, die Roulade. Warum nicht mit normalem Puderzucker? Ja, süßer Schnee löst sich viel weniger schnell auf und bleibt länger schön weiss. Ja, dann gebe ich mir noch ein paar Waldbeeren oben drauf und das war schon die ganze Geschichte. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Schreib mir doch in die Kommentare, wie du das Video fandest. Wenn du Fragen hast, natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Dein Marcel.